Tag 3 heute im Trainingslager im Zillertal. Heute Morgen ging es los um 7 Uhr mit einer schönen Laufeinheit. Dann gab es Frühstück. Danach Kraftzirkel. Zirkeltraining gab es Mittagessen und nach dem Mittagessen standen ein paar Presseinterviews an. Nach der Mittagsruhe gab es eine kleine Teambesprechung und jetzt sind wir hier, um gemeinsam ein bisschen Spaß zu haben und das Volleyball-Turnier zu genießen. Nach dem Turnier geht es zum Abendessen, danach kommen noch ein paar Presseinterviews und zum Schluss gibt es heute Abend noch mal ein bisschen spazieren und entspannen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017